hallo und herzlich willkommen hier zurück beim microsoft eine weitere folge von raf ja heute mit dabei der mike servus und wieder elsela diesmal wahrscheinlich personen gewechselt ich fälle jetzt mal hier in den wald endlich das ist bitter nötig wenn wir jemanden was im fällen hätten er ob da nichts im fällen ist ich habe mich mal bei mir aber auch nicht so ich tue dann mal ein bisschen die sortieren ich in der kiste ist noch was drin welcher kiste der hier irgendwas für palmen ja palmsamen 20 stück habe ich dann pflanzt man davon ein bisschen da wo noch nichts drin ist man eben annehmen der heiligen niemals auf oder ja schön dass wir auch nie in sammeln das sind gucken wir hinten gegen so gefühlt den planken drin wir haben ja definitiv dann probleme ich brauche nur in ofen weil die kleinen öfen fressen sehr viel ja das weiß ich so dann gucken wir mal kurz rein also da oben große grill wobei ich jetzt eine metallbarung habe scheiße ähm hast du noch schrott? äh nope hab ich gar nichts mehr shit wir haben keinen schrott mehr nein ooo ich bin zu dumm was denn ich hab mich verklickt und hatte eine kartoffel in der hand und habe in die großen beet die kleine kartoffeln eingebaut alles klar so ich wässer nicht auf unsere bäume damit die auch wachsen will hier kommen richtig viele fisse ich hab einen schrott wenn ihr braucht ja schrott wäre ganz schön aber ich wollte zwei schrott einer bringt mir recht wenig ja gut aber einer ist schon mal ein anfang ja so ich hoffe dass wir hier da kommt man macht es doch jetzt habe ich zwei schrott ok hier was decken ja kann ich das decken aufnehmen das kann fast nicht gesprungen die sind richtig viele fässer ja das sind dann so ich will mal eben noch metallbarung gucken braucht jemand holz alles wird ins zweite obergeschoss alles wird ins zweite obergeschoss also äh dann oben wird gecraftet muss er nicht hinbringen na gut äh siehst du mich was du ich bin ne was ich nicht wo bist ah hier äh komm her ah hi in die obere kiste hier die rechte genau die ich bringe gleich den grill da unten ne ja ich bin grad dabei äh neue runde kartassel zu machen sind 44 holz drin jetzt sehr gut metallerz da rein da metallerz rein da metallerz rein und da metallerz rein muss ich da immer das holz rein tun äh nicht immer es wäre halt gut weil ich das halt am meisten holz brauche aber äh ganz unten auf dem auf dem äh wie nennt man das erdgeschoss äh ist auch eine kiste wenn ihr die nicht weg gemacht habt äh da kannst du eigentlich kannst du heute über reinlegen nein die kiste ist weg wir haben ja mittel äh im letzten mal haben wir ja das lager ausgebaut das große zusammen ins lager aber frag mich nicht wohin ich kann mich im lager nicht ausschwerden bist du ja einmal drin wir haben noch kein plankenlager geh dann go go ja das ist äh Inderi ist eigentlich Benni die Aufgabe so äh wo wolltest du denn äh grillen haben äh mach die kleid weg da ist ein zunschloß das lasst du diesen floßen wir fahren grad voll vorbei ja ich geh kathol und denk ähm siehst du das ja äh warte mal ich entfernen ja ist das abgerissen wir stehen ich würde sagen die werfen wir aber dann über Bord oder ah jo weil es nur unerlicher Lagerplatz oder durch verschmelden wird ihr sagt wenn ihr was braucht ich hab sehr viel ok so dann kommt der daneben ach wo runter was sein ach wo runter was sein so der nächste Krall steht dann auch bei dir unten ach so ich komm wieder ich war grad aufm Raft ok bei Schrott äh brauchen wir Stein Stein ähm eigentlich nicht eigentlich nicht ich hab 20 Stein eigentlich ja eigentlich nicht ist jetzt die Frage aber das schmeiß ich direkt weg ich mach sag wir haben genug Stein glaube ich egal wir haben ein großes Lager das sollte alles drauf passen äh du musst wieder lenken weil ich hab grad eigentlich in die Richtung äh äh au ja in Richtung äh nächstes Objekt gelenkt ok und hier haben wir jetzt zweimal Schrott für dich und ich hätte 3 Schrott und einmal her damit verseide Stein da Stein hast du mir mein Uf platziert ja der ist platziert sehr gut ja der ist halt noch nicht fertig ne die müssen noch ein bisschen wachsen hab ich gemerkt die müssen noch ein bisschen wachsen so aber wir können hier vorne mal eben auch Alu äh jetzt müssen wir Wasser auffüllen oh nicht der Hai äh schade so salzwasser auch zu planken ich hab sehr viel äh äh hast du n Hammer hm hast du n Hammer hast du n Hammer ja schade wir mal hier vorne hab ich gemacht noch irgendwo reparieren ich glaub im Moment nicht ich glaub im Moment nicht so wieder direkt 3 Flaschen Wasser verbraucht gehts an die nächsten 3 Flaschen Wasser ich hab jetzt mal hier unten ein bisschen was aufgefüllt ne ok doki wir haben so viel Wasser vorgeleitet das glaub gut ich brauch 6 Flaschen Wasser ja das Ding ist 6 Flaschen Wasser also 6 von diesen Dingern voll ne ja warte mal eins hab ich vergessen ich hab mal da weiter gebaut wo angefangen wurde zu bauen ok so unsere Uhr sagt wir haben es viertel nach 2 ok so grob tippen ähm äh vor uns jetzt waren wir mit den eng noch wir haben auch sowieso alles erforscht oder nicht keine Ahnung wir sind doch wir sind beim Pfostenstisch komplett durch die Idee was man jetzt noch verbessern könnte hier im Fluss da kommt ne Insel wo denn? äh direkt voraus wir müssen jetzt nach rechts lenken da wo dieses riesen Ding nach oben geht ich lenke oder bist du schon auf dem Weg Heiko? nein ähm du kannst aber wenn du gleich das schon mal oben bis mal kurz das Navi anmachen habt ihr Utopia noch nicht gefunden? hm noch nicht ganz sind immer wieder größere Inseln aber ganz zum Ziel sind wir auch nicht ich war mal also das Navi hat mir mal angezeigt dass ich da war aber da war noch in die Richtung weiter in tausend Metern sagt das Ding ok dann versuch mal genau die Navi anzusteuern hm ich äh ich glaube ihr müsst jetzt mal einen Anker lichten ne? ja aber jetzt macht es gleich bumm und es macht gleich bumm um genau zu sein oh ich bin runter gefallen ich gönne mir hier mal die Truhe die da unten ist weil ich weiß das was da ist kann ich bitte einer mal kurz den Anker schmeißen? warte ich habe ein Metallerz ein Bolzen eine Scharnier drinnen an Ankerwerfen also ich habe Metall und Scharnier und so rausbekommen ähm gehst du tauchen grad? ich kümmere mich um ja wo ist denn die Insel? ey direkt voraus vorm Schiff direkt direkt voraus ich habe schon drei im Metall ist das gut ja ich komme wieder hoch weil ich sterbe gerade ach da vorne hm ich glaube einmal muss ich auch rum um die Insel zu finden gut ich auch tauchen oh wo soll ich das Metall hin tun? äh erster Sommergeschoss weil die Tür links also auch wenn ich weiß ey oder wird ich bin seit der ersten Folge dabei mittlerweile kenne ich unser Schiff auswendig ja gut äh äh der Hai beißt mich hm ich hab's gehört na ich kenne das Schiff noch nicht auswendig ist das Problem aber scheiße hier von mir unten einfach aussieht ne die ganzen Balkonsack aber gut ähm ich bring lieber erst mit drei Metall weg äh du kannst doch gucken damit ich mit mir vielleicht wieder neue Schalen machen könnte Heiko hier super ich hab hier so eine kleine Hütte gefunden hat jemand schon hier die Dings eingesammelt die Kiste was gibt Dings? keine Ahnung ich war bisher noch nicht im Wasser so gut ich hab schon zweimal Ton wir könnten damit vier neue Schalen machen sehr gut wo ich jetzt nicht verrecke ne so vier neue Schalen das heißt Gemüsesuppe ne schon wieder ja gibt's nicht mal was besseres gibt's nicht mal was besseres? bei der Insel wo wir gerade waren da war ich vorhin auch da war nämlich genau das gleiche die gleiche Kiste okay da ist Heiko mhm ich glaub ich hab noch mal ein Metall-Erz gefunden was hat du gesagt vier gell kriegen wir da durch was? hier gell hier gell ich weiß nicht verrecke ich verrecke ich verrecke ich verrecke ich verrecke mhm was wollte ich jetzt machen genau habe ich eingelassen äh ne 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 ich lebe ich hab schon wieder Metall dabei ich glaubt mir in die Schüsseln der Hälter LB-Taste 2 4 6 gut ich hab 16 Schatten ein Alkowatt die LB-Taste was ist LB für eine Taste LB LB ja warum was was muss zu machen äh klar Moment da hast du auf Controller und nicht auf der Natur oder? ja LBs Controller also ich hab hier ein paar tausende von Schalen ich hab drei Metallbahnen also ähm ich hab hier 16 Schalen ne Mike äh ja Unus Momentos packte sie mal alle hier in die Kiste wieso haben wir so verdammt viel Alanas ah ne 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 ich korrigiere die LB-Taste äh das ist linke Maustaste genau LNB ist linke Maustaste äh ne LNB doch LNB ist linke Maustaste doch LNB ist linke Maustaste äh ja die sind aus äh die sind aus äh die sind aus äh die sind aus scheiße ja nur ja und ich hab drei frohe Erze rein getan so Moment hab ich die aufgesammelt die sind alle aufgesammelt die sind alle aufgesammelt so ja aber diese Folge ist auch schon wieder vorbei das heißt ich hoffe euch die Folge gefallen lasst gerne ein Like und auch ein Abo da wenn es euch gefallen hat und sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder und bis dahin sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss